Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Ja, wir sind zurück, hier im Innenhof und ich habe mir überlegt, wir wechseln mal auf die Kameraperspektive. Ich weiß nicht, ob das so besser ist, aber ich lasse es mal jetzt erstmal so. Ich will es mal so ausprobieren, dann haben wir auf jeden Fall weniger Probleme mit der Kamera. Wobei die jetzt ziemlich wackelt, weil die Mausempfindlichkeit, glaube ich, ziemlich hoch ist, da müsste ich mal kurz gucken, dass man das vielleicht ein bisschen, hier Kameraempfindlichkeit, dass man die mal ein bisschen runterdrehen, vielleicht mal so, nur mal zum Ausprobieren. Ich bin ja hier jetzt auch nur im Testmodus. Ah, okay, jetzt müsste ich nämlich mit X hier, mit X und Y, da muss ich jetzt die Modi wechseln und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so meins. Okay, mal wieder, wieder in den Kameramodus. Das ist besser so. Damit komme ich besser klar. Sehr schön. Den hätten wir. Da habe ich eher dran, der oben sitze. Kann ich eigentlich auch irgendwie blocken oder so. Aber ich habe bis jetzt nichts beigebracht bekommen, also würde es entweder nicht gehen oder nicht relevant sein. Da ist ein R, jetzt ist R dran. Ja, überleg dir das nochmal, wenn du es so mit mir redest, mein Freund. Treffe ich ihn jetzt auch mal? Hallo? Okay. Oh, falscher. Ja, ich bin aus dem Depp. Das heißt, der Kampfmodus, ich kann ihn ja gar nicht treffen. Dass ich den Bogenschütz glatt gekriegt habe, war so ein Zufall. Ich muss dran denken, dass ich Kampfstil wechseln muss, ansonsten kann ich das in Trommel treten. So, den hätten wir erfolgreich zerlegt. Ja, da muss ich echt dran denken. Und die Kameraempfindlichkeit muss jetzt natürlich wieder hoch, sonst können wir das vergessen. Können wir jetzt sogar ein bisschen noch höher machen, dann kann ich leichter drehen am Bildschirm ran. Okay, dann machen wir die vielleicht mal ganz hoch. So, Kameramodus heißt Hybrid. Das, was wir jetzt haben, das ist so meins. So können wir die Kamera jetzt ein bisschen schneller drehen am Bildschirmrand. Das ist gut so. Zitarelleneingang. Die Frage ist, will ich da schon rein? Ich glaube es ja nicht. Ich will da unten das Tor aufkriegen für die anderen. Das ist das, was wir vorhaben. So, kann ich den mit dem Kampfmodus machen? Ich glaube es ja nicht, ne? Ne, okay. Der Modus schützt ja hier, braucht auch den kleinen Kampfmodus. Dann war es vorher kein Kitz, sondern hat einfach nur so funktioniert. Der müsste übrigens jetzt mal stehen bleiben, dass ich ihn auch treffen kann. So, den mal abhauen. So, war schon. Schön verkettet und das war's mit ihm. Dann schrauben wir uns mal ein Rest. Känseln uns mal da zum Tor vor. So, erst den kleinen. Oder dann halt erst den großen, wenn der kleinen flog. Nice. Ich muss das Tor öffnen. Insklick auf die Windwelt. Okay, drückt Halt. Kommt alle benutzbaren Gegenstände in der Nähe zu markieren. Achso, wird dann nur angezeigt. Okay. Ich dachte, es leuchtet jetzt so wie... Okay. Dann machen wir mal das Tor auf, dass hier die Leute auch mal rein können. Das ist im Wesentlichen hier ein Weskel. Wobei die Banditen gerade schon ziemlich offen. Sack, wir kommen. Jetzt kommt allerdings er hier. Und dann wird die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Ja, komm. Ich rei mit euch. Und Türe dazu. Ja, oder so. Man muss ja nicht sonst immer alles kaputt machen, aber okay. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verständigen. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind. Wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eurer berühmten Mutter Gene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Trish könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Trish. Geralt, ihr kennt euch mit Magien aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Trish, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Alles klar. Öffnet das Inventar durch links, geht auf das Ranzensymbol oder Druck auf I, um Zugang zu Gegenständen zu erhalten. Rechts geht auf den Donnerkrank, um ihn zu benutzen. Tippt, zieht Tränke aus dem Inventar auf Schnellfächer, die euch eine schnellere Benutzung ermöglichen. Alles klar. Wir machen hier auf. Zack. Donner, Schwalbe. Ich höre schnell. Erlfelder. Ich fänge schnell, frag. Okay. Warte was, Donner sollen wir trinken. Zack. Okay. Effekt-Symbol. Donner. Doppelter Schaden, Ausweicheneffizienz um 50% erhöht, parieren um 50% reduziert. Welt 8 Minuten. Das heißt, und Schwalbe kann man mal da reinhauen. Okay. So. Wo liegt die Schwalbe jetzt? Hier. Okay. Links klickt, dann. Okay. Alles gut. So. Alles klar. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist Leo? Feinzeichen da hoch. Dann haben wir halt Triss hinterher. Mal schauen. Okay, da ist Leo. Der wartet schon auf uns. Er ist eingekommen. Also rein mit uns. Jetzt geht es hier rein. Zitadellen-Eingang. Ab. Rein in Kermorhen. Nicht nur der Außenhof. Jetzt geht es auch rein. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg. Ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Alles klar. Neuer Eintrag im Tagebuch. Tagebuch. Wir schauen einfach mal. Quests. Verteidigung von Kermorhen. Der Trank. Ich habe den Donner-Trank getrunken. Jetzt muss ich die Festung betreten und das Kellerlabor aufsuchen. Alles klar. Das machen wir auch gleich. Charaktere. Der Professor. Der Professor. Einer der Anführer des Angriffs der Salamandra auf Kermorhen war ein Mann. Der Professor genannt wird offenbar ein Bestenreicher. Nicht wahr? Der andere Führer. Der andere Führer. Soviel dazu. Der andere Anführer war ein Magier. Eskel. Der ruhige und vernünftige Hexe aus Kermorhen ist mein Gefährte. Ich frage mich, woher seine entstellende Narbe stammt. Tja, gute Frage. Lambert. Der junge Hexer, den ich in Kermorhen traf, hat wirklich eine scharfe Zunge. Chris Merigold gegenüber ist er besonders unhöflich. Er spricht sie mit ihren Nachnamen an. Das haben wir schon mitbekommen. Leo. Leo ist der jüngste Bewohner von Kermorhen. Er ist kein vollwertiger Hexer, denn obwohl er seine Ausbildung abgeschlossen hat, wurde er noch nicht der Mutation unterzogen. Leo macht einen unerfahrenen Hitzköpfling Eindruck, aber er ist gutherzig und freundlich. Es scheint, dass Leo von mir fasziniert ist. Ich wurde sein Idol, als er die Balladen über den Weißen Wolf gehört hatte. Vesemir. Vesemir ist der älteste und erfahrenste Hexer, wahrscheinlich älter als Kermorhen selbst. Er verbringt jeden Winter in der Festung und bricht im Frühling wie alle anderen auf, um durch die Welt zu ziehen. Vesemir ist trotz seines hohen Alters rüstig und voller Leben. Viele jüngere könnten ihm um seine Gesundheit beneiden. Er ist ein ausgezeichneter Fechter und hat mich im Schwertkampf ausgebildet. Also Geralt. Orte? Kermorhen. Kermorhen ist eine unzugängliche Bergfeste, in der seit Jahrhunderten die Hexerzünft ihr Hauptquartier hat. Der Name leitet sich aus der Elfensprache ab, in der Kermorhen so viel wie Festung vom Alten Meer heißt. Die Burg hat ihre besten Zeiten längst hinter sich. Zinnen und Burggraben sind verfallen. Ein kalter Wind weht durch die gewollten Hallen. Momentan lebt nur eine Handvoll Hexer hier, aber einst absolvierten viele Knaben die grausame Ausbildung im berüchtigten Höhendorf von Kermorhen. Ungeheuer haben wir. Keins, Formeln, Donner und Schwalbe, Heilung und erhöhter Schaden und verschiedene Zutaten, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Glossar, Hexenmeister. Nur wenige Individuen haben das Zeug zum Zauberer und viele mit diesem Potenzial sind zum Wahnsinn verdammt. Wenn die fragliche Person, auch als Quelle bezeichnet, nicht schleunigst erlernt ihre Macht zu kontrollieren, mag sie oder er als halbverrücktes, sabberndes Orakel enden. Deshalb wurden Schulen für Zauberer eingerichtet, an denen begabte Kinder viele Jahre lernen können, die magischen Fertigkeiten zu meistern. Ihre Macht lässt Zauberer langsamer altern als normale Menschen. Sie können magische Energie aus den vier Elementen extrahieren, sich über weite Strecken befördern und sie können heilen, aber auch im Handendrehen töten. Ihr wissenschaftliches und politisches Wissen ist enorm. In Hinsicht auf Letzteres kommen viele Zauberer statt und wir haben heute dann gleich. So, Tutorials, wir brauchen schon Tutorials. Wir machen jetzt mal die ganzen Ausrufezeichen weg. Und das ist ja alles schon, was wir gelesen haben. So, wir machen weiter. Jetzt habe ich noch oft lang genug hier im Tagebuch rumgedingst. Okay. Doppelfick auf den Boden, um Feinden auszuweichen. Gut so. So, der Kampfmodus. Na ja, ich weiß noch. So gut scheint mir das nicht zu funktionieren. So, das war er. Hier noch. Okay. Und dann helfen wir Leo noch. Mit den zwei Kollegen. So, das war er. Der Letzten noch. So, das war er. Ähm, ich gucke eigentlich gerade hier mal. Okay, das Oste ist Vitalität. Wenn die Vitalität. Ja, gut. 249 von 250. Ausdauer 25 von 25. Toxizität. Okay. 20 von 100. Das ist normal Zustand, glaube ich. Auf jeden Fall scheint es hier nicht sonderlich viele Sachen zu haben, so wie es aussieht. Da hinten hat es noch mehr ist. Und da hinten hat es noch mehr. So, der Gruppenkampfstil ist am effektivsten gegen eine Gruppe schwächere Gegner. Wechseln den Stil, durchließ dich auf das Greifen-Symbol oder indem ihr C drückt. Okay, wir haben also drei verschiedene Kampfmodi. Das sieht mir ganz nach Kampf, nach dem Kampfstil aus. Das geht halt heftig. Okay. Okay. Aufrollen. Reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja. Dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Savola keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein. Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder. Aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Na, schuld. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Na, Glückwunsch. Und jetzt? Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Ja. Hexer können natürlich Zeichen einsetzen, auch wenn es Geralt jetzt im Moment verlernt hat. So. Ich muss Leo folgen und das Zeichen Art erlernen. Erlernen? Ja. Das machen wir. Wir sind in der Kruft. Da ist der Kreis der Elemente. Links klickt auf den Elementarstein, um ein Zeichen zu erlernen. Schaut euch später im Spiel nach anderen Elementarkreisen rum, um neue Mächte zu erlernen. Alles klar. So. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Alles klar. Das Art-Zeichen ist eine telekinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Passagen zu öffnen oder für eine zurückzustoßen. Rechtsklickt auf ein Ziel, um das Zeichen zu wirken. Okay, das wissen wir ja. Fahrzeichen. Okay, es ist ausgewählt. Gut. Dann hol ich Leo hin. Davor und irgendwo. Den Weg wieder zurück. Wo geht's eigentlich von der Steuerung? Da bin ich ganz zufrieden, so. Okay, hier. Das funktioniert auch gut. Außenbereich von Kermorheim, es geht wieder nach draußen. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ach, ihr dummen Kinder. Wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Trish, mein Kind. Es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann. Mitsamt eurer Ausrüstung. Na toll. Wir haben einen Fehler gemacht, aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert hört auf, Trish zu ärgern. Er weist dir etwas Respekt. Trish, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savola. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Trish oder ich kümmere mich mit Wesemir um den Furchtbringer. Tja. Jetzt geht es wieder los mit Entscheidungen bei Witcher. Auch Teil 1 lässt uns davon nicht verschont. Furchtbringer kriegen die auch so hin. Wir gehen mit Trish zum Labor. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Trish. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savola hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Vorsicht! Jo, alles klar. Ja, schon wieder. Ach, jetzt eine kleine Hostelstrecke ist auch wieder am Start. Dann komm, mach die Blatt. Schnell, verteidige das Labor. Wir fetzen ins Labor. Ja, unglaublich. Ich hoffe, die kriegen das hin. Okay, ja, Moin. Es geht wieder rein. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Alles klar. Die Donner hält noch sechs Minuten. Kann ich. Mehrere Tränke gleichzeitig trinken, ja. Sieht gut so aus. Okay. Wir müssen da rüber. Jetzt geht's los. Oh, jetzt kommt der auch noch hier rein. Na komm, drüß mal den Blatt. Keinen Schritt weiter, Weißer. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blöft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Okay. Dann schauen wir mal. Wir unterschätzen, Herr Kettner. Jetzt sterben ich die in der Klappe. Okay, wir müssen erst die Typen umbringen, glaube ich. Höllo, von was kriegst du für Damage? Ihm. Okay, dann muss ich gucken. Nein. Halt. Niemand legt mich in den Salamantran. Niemand. Ich mach den Platz. Ist gut so. Und dann heilen wir uns mal. Und dann gehen wir uns hin los. Euer letzter Stück weit abgeschlagen. Okay. Okay. Ich muss nur durch die Elz wieder hin. Okay, da ist er. Extra damage. Ja, extra damage. Okay, mein Leben regeneriert sich aber auch. Das tut gut. Wohin? Da ist er. Das krieg ich hin. Der lebt nicht mal allzu lang. Auch wenn Geralt grad nicht schmeckt. Der lebt ja wieder. Jawohl. Sehr schön. Der ist platt. Nice. Seid ihr verletzt? Hat er euch erwischt? Nein. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Genau. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. Genau, ab zum Labor. Unser Leben regeneriert sich wieder. Das finde ich gut. Ähm. Wir müssen nach da hinten. Wieder zurück. In das Labor. Geht's da hin? Küche. Okay, abgeschlossen. Da kommen wir jetzt nicht rein. Ist auch nicht so relevant jetzt gerade im Moment. Wir gehen ab ins Labor. Oh oh. Sie blündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn beschätzt. Beeilung. Oh oh. Nicht so gut. Triss. Okay, da geht gerade gar nichts bei Triss. Triss kann keine Eintrini aufhalten. Muss die Treppen nach hinunter zum Labor. Okay. Stufe aufgestiegen. Was geht uns das jetzt? Tagebuch. Ähm. Triss verwundet. Ja. Ich weiß. Aber wo... Kann ich so in Meditation-Modus wechseln? Um die Talentpunkte zu verwenden oder nicht? Ähm. Ich glaube es ja nicht. Sieht zumindest nicht danach aus im Moment. Wir gehen mal die Treppe runter jetzt. Mit Triss. Leider außer... Hallo, Geralt? Geralt? Geralt, was machst du denn? Ja, dann gehen wir halt jetzt die Treppe runter. Oh Gott, irgendwie nicht. So, Laboratorium. Jetzt auch noch. Mann, wie geht denn, du? So. Dann schauen wir mal. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Mal sehen. Leo, stopp! Oh nein. Ah! Es ist also nur ein Märchen. Oh. Oh nein. Was ist passiert? Rippenbrüche. Lungenriss. Er stirbt. Ihr braucht Raphats Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wese mir. Leo ist tot. Er ist tot und die Mutagene sind weg. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld. Er ist tot, Geralt. Er ist tot. So, Meditation. Links klickt auf das Meditationssymbol, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Wählt jetzt die Dauer der Meditation aus, indem ihr das Mittagsmorgen, Grauen, Mitternacht oder Dämmerungssymbol anklickt oder indem ihr den Meditationsschieberegler bewegt. Neue Einträge haben wir im Tagebuch. Leo starb von der Hand des Professors, des Anführers der Banditen. Ich muss mich zuerst ausruhen und mich dann in der Burg umsehen, um sicherzugehen, dass mit Triss und den anderen Hexern alles in Ordnung ist. Sollte ich Einträge antreffen, die überlebt haben, werde ich dafür sorgen, dass sie Leos tot bereuen. So, jetzt haben wir Triss noch. Triss Merigold zusammen mit mir und den anderen Hexern kämpfte Triss bei der Verteidigung von Kermorhen. Die Zauberin stellte sich dem mysteriösen Magier entgegen, einem der Anführer des Angriffs. Sie wurde verletzt und verlor das Bewusstsein. Ironischerweise ist Triss allerdings allergisch gegen Magie und kann nur mit natürlichen Heiltränken wiederhergestellt werden. Tja. Leo wurde vom Professor getötet, einem Rädelsführer des Angriffs auf Kermorhen. Der Junge war zu hastig und unerfahren. Ich konnte ihm nicht helfen, obwohl ich direkt neben ihm stand. Geheimnisvoller Magier. Der Magier griff Kermorhen an, weil er in die Festung, weil er die in der Festung verwahrten Hexergeheimnisse stehlen wollte. Einer der Anführer der Streitmacht, die Kermorhen angriff, war so ein mächtiger Hexenmeister, dass nicht einmal Triss Merigold ihm trotzen konnte. Die Organisation, die er anführt, trägt das Symbol eines Salamanders. Ja, das war's also mit Leo Ruhe in Frieden. Wir konnten ihn nicht retten. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier weiter umschauen und den Tod verdauen, den ganzen Angriff verdauen, würde ich sagen, war's das von dem Part. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kritik, Lob, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.